Rund um die Insel Herzlich Willkommen zu der heutigen Ausgabe von Rund um die Insel. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilong Huang. Am Dienstag wurde in Taiwan das sogenannte Tsingming-Fest gefeiert, ein wichtiger Feiertag, an dem die Gräber hier in Taiwan gereinigt werden und der Ahnen gedacht wird. Passend dazu möchte ich mich heute mit Dr. Claudius Pezold zum Thema Friedhöfe und Gräber unterhalten. Wir kennen Dr. Pezold ja als erfahrenen Wanderer und Reiseführer. Doch was haben Sie mit Gräbern zu tun? Guten Morgen Herr Huang, nett wieder hier zu sein, auch wenn das Thema heute anders ist. Mit Gräbern habe ich nicht viel zu tun, das ist etwas morbid. Ich lebe außerhalb von Taipei in Yangme. Das ist eine Community, die liegt 200 Meter entfernt von einem Gräberfeld. Ich gehe dort jeden Abend mit den Hunden im Dunkeln spazieren. Ich laufe da durch das ganze Gräberfeld und durch den Friedhof. Aber das mache ich nicht, weil ich so fixiert bin auf Gräber, sondern ich habe einfach keine anderen Möglichkeiten. Für unsere deutschen Hörer, wie sieht der Friedhof bei Ihnen da aus? Das sieht eigentlich so aus wie fast alle Friedhöfe in Taiwan. Die Friedhöfe liegen oft an einem Hang und alles ist völlig chaotisch und durcheinander. Also man darf sich da nicht diese amerikanischen Friedhöfe vorstellen, alles in einer schönen Reihe, alles ganz ordentlich. Oder diese deutschen Friedhöfe mit so einem schönen Park. Nee, das ist völlig chaotisch und durcheinander. Das ist wahrscheinlich vor 60, 70 Jahren entstanden und jeder hat sein Grab gebaut, wie er wollte. Die Gräber sind unterschiedlich groß, unterschiedlich breit. Die sind nicht in der Reihe und dazwischen gibt es eigentlich keine richtigen Wege. Letztlich gibt es nur einen großen Hauptweg und von diesem Hauptweg gibt es unzählige kleine Trampelfade zwischen den Gräbern durch. Einige Gräber können dabei mehrere Meter breit sein. Das Grab ist dann so groß wie ein kleines Haus. Das ist auf einigen Fotos schon ganz gut zu sehen. Ja, die Fotos, Sie haben ja einige Fotos mir schon mal bereitgestellt. Da sieht es doch eigentlich ganz ordentlich aus. Nur auf diesen Fotos zu dieser Zeit. Das hat folgenden Grund. Während des gesamten Jahres würden Taiwaner fast nie auf den Friedhof gehen. Das ist komisch für Taiwaner. In diesem gesamten Jahr verwildern die Friedhöfe ziemlich schnell. Sie müssen sich da Gras und Sträucher vorstellen, die bis zu zwei Meter hoch wachsen und sehr eng stehen. Wenn dieses Gras über Monate gewachsen ist, sehen Sie von außen gar nicht mehr die Gräber. Teilweise ist dieses Gras unwahrscheinlich scharf und unangenehm. Wenn Sie dieses Gras anfassen, zerschneiden Sie sich die Finger wie an einem ganz dünnen Blatt Papier. Wenn Sie da durchgehen wollen, geht das gar nicht. Sie müssen ein Buschmesser nehmen und müssen einfach diese ganzen Gräser frei hauen. Das ist auf einem anderen Foto ganz gut zu kennen. Das Foto stammt von früher. Aber warum ist das jetzt anders oder warum ist das auf Ihren Fotos jetzt ordentlicher oder schicker? Das ist dieses Timmin-Tier. Da hatten Sie, glaube ich, auch schon dieses Timmin-Fest. Entschuldigung. Da hatten Sie ja auch schon einen Bericht dieses Jahr. Das ist genau einmal im Jahr. Einmal in diesem Jahr gehen die Taiwaner zu ihren Gräbern und ehren dort die Vorfahren. Das ist eigentlich fast die einzige Zeit, wo der normale Taiwaner zu Friedhöfen geht. Einige Tage davor gehen einzelne Familienmitglieder hin und überprüfen den Zustand. Wenn Sie sehen, dass eben zugewachsen ist oder sonst was, dann besorgen die bestimmte Firmen. Diese Firmen kommen dann mit Grasschneidermaschinen, schlagen den Weg frei. Wenn man sieht, dass das Grab beschädigt ist, wird das Grab dann eben erneuert. Das kann schon einige Tage vorher dauern. Insbesondere, wenn das Grab eben durch Wetter, Erdbewegung und so weiter beschädigt ist. Und das eigentliche Timmin-Fest, das war dann am Dienstag, vor zwei Tagen. Wie läuft sowas ab? Das ist eigentlich ein bisschen eigenartig. Bisher war alles ruhig. Sie sind alleine. Sie sehen niemanden. An diesem Tag fährt die gesamte Familie hin. Dieser sehr ruhige Friedhof ist völlig überfüllt. Jeder, der irgendwie transportfähig ist, muss mitgehen. Selbst kleine Kinder. Das heißt, die ganze Familie, bis zu zehn Leute auf einmal, die kommen aus Taipei. Egal, wo die jetzt wohnen, die gehen hin. Die schleppen unwahrscheinlich viel Lebensmittel mit für die Toten. Sie nehmen Geistergeld und sie nehmen Feuerwerk mit. Das ist im Grunde eine kleine Party. Das hört sich jetzt aber eher wie eine Party an. Nicht besonders feierlich, geschweige denn traurig. Das ist der Unterschied vielleicht zu unserem Totentag. Es geht nicht wirklich um die Trauer um die Toten, sondern es geht um Respekt und Ehre vor den Vorfahren. Das muss man nicht unbedingt so traurig begehen. Eigentlich ein Aspekt, der in vielen Kulturen in Asien vorhanden ist. Man erweist eigentlich den Vorfahren nur die Ehre, indem man hingeht, sich verneigt, Lebensmittel darbietet. Ja, das war es eigentlich. Können Sie darauf ein bisschen näher eingehen? Jo, eben die ganze Familie kommt jetzt erstmal an. Es können relativ viel werden, insbesondere bei den sogenannten Haggars. Dann geht man hin, legt die Lebensmittel davor ab, wenn es einen kleinen Altar gibt auf dem Altar. Und dann muss das älteste männliche Familienmitglied beginnen. Das verneigt sich vor diesem Gebäude, nennt die Namen der Teilnehmer, dann verneigt man sich dreimal. Dabei kann man um verschiedene Sachen beten, man kann um Schutz, um Vermögen und um Gesundheit beten. Dann wird gleichzeitig dieses Geistergeld verbrannt. Aber nicht unbedingt, es gibt sogar einige Leute, die verstreuen das. Und dann kommt nun das Feuerwerk. Aber es gibt jetzt keine festen Regeln, keine bestimmte Liturgie. Jede Familie macht das ein bisschen, wie sie es selbst will. Sie meinen das Feuerwerk, oder was meinen Sie damit? Also insgesamt jeder, wie es möchte. Aber nochmal speziell zu dem Feuerwerk. Dieses Feuerwerk ist aus deutscher Sicht bestimmt nicht TÜV-tauglich. Weil es ist extrem groß und es ist ziemlich laut. Das muss dann auch meistens das männliche Familienmitglied machen. Das ist ein riesen Ding. Wenn man sieht, dass das Familienmitglied das Feuerwerk anzündet, verdrücken sich schon die ersten Leute. Weil das ist denen einfach zu laut und das ist ganz starker Ruch. So ein Feuerwerk kann wirklich eine Minute lang dauern. Und diese Rauchschwaden, die dann dabei entstehen, sind ziemlich weit zu sehen. Sie sehen das auch, wenn der hingeht. Der zündet das nicht einfach an. Man sieht schon so ein bisschen den Respekt, wie er es von Weitem mit seinem Feuerzeug anmacht und dann doch einen Schritt weg geht. Also Vorsicht bei dem Taiwanischen Feuerwerk. Und Sie haben aber auch Lebensmittel erwähnt, die dort dargeboten werden. Was passiert mit den Lebensmitteln und warum haben Sie speziell Hacker ergebähnt? Also diese Lebensmittel werden dort hingelegt. Sie sind eine Opfergabe, aber symbolisch. Die werden dort nicht liegen gelassen. Teile kann man schon essen und andere Teile werden mit nach Hause genommen. Lebensmittel verschwenden liegt so nicht. Ich sag nochmal Hacker, weil ich in Yangme lebe. Yangme ist ein bisschen südlich von hier, so 40, 50 Kilometer. Und da leben diese Hacker sehr oft. Das sind eine Minderheit mit ein paar unterschiedlichen Gewohnheiten. Zum Beispiel ist dieses Chinmin-Fest ein bis zwei Wochen vor dem taiwanischen Chinmin-Fest. Die gehen früher hin. Die Hacker sind ein bisschen traditioneller und sehr, sehr familienorientiert. Und sie geben sehr, sehr, sehr gutes, aber etwas gehaltvolles Essen. Also wer von Ihnen hier Hacker essen sieht, annehmen, ausprobieren. Aber etwas gehaltvoll und etwas ölig. Also danach sollte man vielleicht doch nochmal spazieren gehen. Aber auf dem Friedhof spazieren gehen, ist das nicht eigentlich unhöflich? Also auch hier haben wir die Redewendung, man soll nicht auf den Gräbern tanzen. Also man muss schon einen gewissen Respekt wahren. Was eben bedeutet, wenn ich jetzt über den Friedhof gehe, darf ich den Hauptweg nicht verlassen. Und wenn ich dann selbst zu den Gräbern muss, dann auf den Pfaden. Also als Fremder dürfen sie nie in den Grab treten. Da drauf zu gehen, ist schlichtweg unhöflich. Und geschweige denn irgendwelche verrückten Sachen machen. Aber das ist ja in Deutschland teilweise auch strafbar. Es ist für Taiwaner eher, es ist für sie eigenwillig die Idee, dass jemand auf den Friedhof spazieren geht. Das finden sie komisch. Wenn mich meine Nachbarn nachts sehen, wie ich da reingehe, die denken auch, naja, eigenartiger Ausländer. Grufti. Grufti. Manche ältere Taiwaner denken eben auch, wenn ich jetzt sinnlos auf den Friedhof gehe, ohne wirklichen Grund, kann das ein bisschen Unglück bringen. Es ist nicht gut. Tod, ein bisschen Distanz. Was suche ich dort? Es ist für die unangenehm. Es ist aber weder verboten, noch ist es per se unhöflich, diese Gräber zu besuchen. Man kann auch fotografieren, wenn man das möchte. Aber das ist auch wieder komisch für die Taiwaner. Als ich diese Fotos gemacht habe, entweder war ich allein oder ich habe es ein bisschen heimlich gemacht. Es wirkt eigenartig auf die Taiwaner. Sie haben jetzt bei den Gräbern schon öfter irgendwas von kleinen Häusern gesagt. Können Sie so ein Grab mal ein bisschen beschreiben? Also wer das erste Mal diese Gräberfelder sieht, der kann sogar von Weitem denken, dass das eine Wohnsiedlung ist. Die können durchaus sehr groß werden, sehr umfangreich. Die einzelnen Gräber groß, aber auch diese Gräberfelder. Am leichtesten sehen Sie das in Joffen. Wie gesagt, die sind sehr unterschiedlich. Es besteht aus einem wie kleineren Gebäude. Und vor diesem kleineren Gebäude ist so ein kleiner Vorhof. Oben auf diesem Gebäude, auf dem Dach, ist eine runde Tafel. Und da steht der Familienname drauf. Weil eben die ganze Familie immer mit dem Mann geht. Der Name geht mit dem Mann. Und deswegen ist der Sohn so wichtig. In diesem Gebäude steht dann in der Mitte ein Altar. Und oft auf der rechten und linken Seite sind kleinere Türen. Diese Türen sind verschlossen. Hier kann sich die Urne drin befinden. Und wer da hingeht, macht natürlich einen sehr bösartigen Verstoß gegen die Regeln. Also wer von außen sich anguckt, das ist alles in Ordnung. Vorne haben Sie dann immer noch so ganz kleine Statuen, so kleine Drachen oder Fadelwesen. Die dienen dem Schutz und auch der Dekoration. Aus chinesischen Kulturs Schutz, Dekoration, Religion oft verbunden. Die sind ganz lustig. Mehr so Löwen ähnlich. Ah, okay. Und man kann sich das als Tourist, wenn man sich für sowas interessiert, kann man das durchaus besuchen. Das kann man jetzt gerne machen. Wie gesagt, das ist nicht unhöflich. Wer jetzt eben nicht der Religion angehört, ist es ja auch ohne Bedeutung. Die Wege sind allerdings sehr schlecht gepflegt außerhalb des Festes. Man muss aufpassen. Der Friedhof ist auch ein Rückzugsort für Tiere, insbesondere für Schlangen. Das ist doch sehr schön für Tiere. Einmal im Jahr haben sie Stress, da kommen die Leute vorbei und den Rest haben sie ziemlich viel Freiheit. Das heißt, wer reingeht, wird hundertprozentig Schlangen treffen. Und manchmal leben Straßenhunde dort, weil die Leute sie dort nicht verfolgen. Wer das halt sehen möchte, ohne direkt zu betreten, der kann in der Gegend von Djofen das ganz oft sehen. Sie haben jetzt gerade schon das zweite Mal Djofen erwähnt. Warum Djofen? Djofen liegt an der Nordostküste. Dort haben die Bewohner eigentlich viele gefährliche Berufe ausgeübt. Der gefährlichste Beruf war damals, die haben nach Gold und nach Kohle gegraben. Diese Minen waren nicht besonders gut gesichert, wie damals üblich zur Zeit. Außer dem Erdbebengebiet, alles bewegt sich, alles unsicher. Es sind viele Leute gestorben. Und der zweite Beruf ist, sie waren noch Fischer. Auch nicht so der besonders sichere Beruf. Deswegen bestand leider ein hoher Bedarf an Friedhöfen. Diese Friedhöfe können Sie wirklich von Weiden sehen. Wenn sich jemand jetzt Gedanken macht, dann betreten sie vielleicht einfach nicht direkt. Sie bleiben so ein bisschen außerhalb, können so ein bisschen dezent fotografieren. Natürlich nicht das klassische Hi und Hallo und ein Gruppenfoto. Das stört dann die lokaleren, älteren Menschen. Ja, okay. Ich glaube, darauf kann man sich dran halten. Und ja, dann bedanke ich mich recht herzlich für diese interessanten Ausführungen. Und ja, viel Spaß noch bei Ihren weiteren Spaziergängen. Dankeschön. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Ja, okay. Sagt Dr. Claudius Pezold. Und damit verabschiede ich mich am Mikrofon bei Ilan Huang. Vielen Dank fürs Zuhören.